Hallo meine Kinder, wie geht's euch? Ich bin Frau Randa und heute lernen wir ein Riegel in der Karnatik. Lass uns gehen. Die bestimmten Artikel. Was ist das? Was ist das? Bild Nummer 1. Das ist der Arm. Bild Nummer 2. Das ist das Ohr. Bild Nummer 3. Das ist die Nase. Was Artikel. Der, das und die. Arm kommt mit bestimmten Artikel der. Ohr kommt mit bestimmten Artikel das. Nase kommt mit bestimmten Artikel die. Das ist der Arm. Das ist das Ohr. Das ist die Nase. Wir haben da drei bestimmte Artikel. Der, das und die. Der kommt vor Arm, Mund, Füß. Der Arm, der Mund, der Füß. Bestimmte Artikel das kommt vor. Ohr, Bein, Auge. Das Bein, das Ohr, das Auge. Bestimmte Artikel die. Kommt vor. Nase, Hand. Die Nase, die Hand. Okay, meine Kinder. Das ist eine U-Punkt. Wähle aus. Nummer 1. Das ist der oder das oder die Mund. Mund. Wie heißt der bestimmte Artikel vom Wort Mund? Der oder das oder die. Ja, sehr gut, meine Kinder. Der Mund. Nummer 2. Das ist der oder das oder die Bein. Bravo. Das Bein. Das ist das Bein. Nummer 3. Das ist der oder das oder die Nase. Ja, sehr gut, meine Kinder. Die Nase. Das ist die Nase. Nummer 4. Nummer 4. Das ist der oder das oder die Füß. Der Füß. Nummer 5. Das ist der oder das oder die Hand. Das ist die Hand. Nummer 6. Nummer 6. Das ist der oder das oder die Ohr. Ja, sehr gut, meine Kinder. Das Ohr. Das ist das Ohr. Okay, meine Kinder. Das ist alles. Wir sind fertig. Dankeschön. Tschüss.